Jetzt haben wir Telstra im Hintergrund gehört. Hier ist Telstra während der 20.06.2022. Das Video teile ich dann noch einen Tag gerade auf. Weil ich heute noch am Anfang etwas suche. Und bei Telstra sehen wir immer noch mal ganz kurz. Wir sehen uns im Hintergrund. Vielen Dank. Vielen Dank.